Ich mag gerade ein bisschen was einkaufen zum Mittag. Jetzt machen wir hier so ein bisschen eine Wiese und ein kleines Mittagessen. Würstchen. Es gibt nur was, was mir schmeckt. Es gibt nur was, was mir schmeckt. Das ist hervorragend. Was ist das da? Was ist das da? Und ein Brot mit Käse drauf. Was ist das da drauf? Ich glaube Käse. Ich weiß es nicht genau. Käse? Ja. Ich mag einfach nur lecker. Heiß? Nein, nicht heiß. Heiß? Nein, nicht heiß. Ich mag nur Liebe. Jetzt hast du die Gabel von der Madita gemopst. Ja? Na nimmst du ja, beißt sie mal ab. Barbie? Nein. 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 Meine. Meine. Kann ich dafür mal abweißen? Lecker Oliven, ne? Nein. Meine Gabel will sie haben. Nein. Barbie? Ich will meine. Nein. Meine. Mit der Gesprächsführung haben die beiden Kleinen hier. Die ist gegen das Auto gerammelt. Nein. Das ist gut. Ja. Ich muss nichts tun haben. Meine Gäste haben die Püren ab. Die Püren haben die Püren. Ja die Püren. Die Püren haben die Püren und die Püren haben. Für die Auskenner, hier geht es lang. Wir kennen uns aus. Wir sind beim Berg, ja. Wir gehen jetzt den Berg hoch. Das ist der Geheimtipp hier. Und ein kleines Schild an der Straße und dann muss man wissen wo es lang geht. Und ja, wahrscheinlich auch nur bei trocknem Wetter. Kalle hat den besten Platz. Noch alles klar hier? Bestens. Und hier auch? Ich wünschte mir der Berg wäre etwas steiler. Okay. Ich suche uns für morgen was Neues. Und es wäre etwas wärmer. Okay, wir suchen morgen was Neues und wandern für den Tino. Oh krass. Dieser Weg ist schon eine Herausforderung irgendwie. Die Gipfelrück näher, aber wieso? Ich weiß nicht, dass das immer oben sein muss. Die Mannschaft kämpft sich hoch. Also heute mit kleiner Mannschaft. Lena und die eine, die sind bei der Madita im Auto geblieben, weil die Madita kurz vorm Ziel eingeschlafen ist. Der wollte mir ja heute ihre Pause vergönnt lassen. Rundlos Wald. Krass, ne? Ja. Das ist gar kein Ende. Boah. Okay, geschafft. Okay, geschafft. Hup. Hup. Hopp. 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 Einziehen, Kalle. Der Kalle hilft mit. Oh, Juli, das klingt geil raus hier. Weiter geht's nicht. Dann ist die Ende. Hast du eine Münze gefunden, Galle? Ja. Das ist eine große Höhle. Zeigst du meine Höhle? Ja. Ein bisschen bange wird mir ja hier vor der Leiter. Ich nehme die Kalle. Ich bin ja sehr froh, dass Tino jetzt den Kalle hat. Weil es ist schon ohne Kalle knüppig. Du drehst dich, Juli. Weißt du? Drehst du dich um? Und kniest dich hier. Der Papa, der hilft dir. Das ist erstmal hier. Das ist die erste Stufe. Perfekt. Links und rechts. Bleib mal stehen. Ganz kurz. Ich weiß nicht, wie er sich so festklammert. Geh weiter. Fast geschafft. Gleich sind wir wieder bei der Freda. Da sind wir für heute. Nach dem Wandern haben wir einen schönen Platz gefunden. Mit Häuschen. Heute. Tada. Abendbrot gibt es gerade. Schon Wäsche gewaschen. Hängt und trocknet. Geduscht sind wir auch schon. Ganz vorbildlich heute. Da ist nämlich, ich zeige es euch nochmal. Hier ist nämlich unsere Außendusche. Mit in Gardena. Geht dann hier runter. Und dann über den tollen Schlauch dann zu unserem Wassertank. Und bei den Temperaturen jetzt ist das Wasser, was da rauskommt, eigentlich genau richtig. Und das Beste hier hinten. Da. Ist die Wasserquelle. Also Nachschub ist überhaupt kein Problem hier. Daddy hat sich schon gemütlich gemacht. Auf seinem Sommerkissen. Ja. Was gibt es hier? Mhhh. Leckeres Salami. Du magst Salami? Ja. Dann müssen wir jetzt Salami schneiden. Ritzerratzer. Ritzerratzer. Die Juli ist ein bisschen kaputt. Die Wanderung war doch... Nachdem wir geschätzt hatten, wir brauchen anderthalb Stunden, haben wir jetzt gebraucht drei Stunden. Ganz knapp daneben. Wo ist der Kalli? Ja, warte. Der kommt raus. Kalli kommt gleich raus. Wir warten. Er kriegt noch eine Hose an. Ah, Kalle wird gerade angezogen. Hervorragend. Hallo, Achtung. 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 Entstellen. Japs. Also hoch. Eins, zwei, drei und... So. Komm, essen. Geht los. Mit Auto. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Komm, hinterher zu Dieter. Ja. Ze Dieter. Oli! Runter! Oh haha. Oh haha. Ich hab die Ellen Katzen an ... Der geht direkt vor und vor. Ich mach dieses erste Bemekommn. Ich springe ich durchs Fenster. so sah es aus kommt wieder vorne wieder raus kommt wieder vorne wieder raus das ist nicht Das ist deine böse Klasse. Sieh mal, die kommt, finde ich schön. Ist der Boss eine Glocke? Mama, du filmst gerade dem Boss. Ja, und die Glocke hängt im Wasser. Deswegen ist der Schalke auch so eine Glocke, Oma. Oh, hier sehe ich gerade einen Ball von uns liegen. Den nehmen wir mal aus dem Gebüsch raus. Lass mal den nicht vergessen, den Ball. Im Gebüsch. Perfekt. Mit dem Felsen da oben, sieht es so schön aus. Wir haben jetzt einen Stopp in Borowetz gemacht. Wir haben gerade einen Markt entdeckt. Und den wollen wir jetzt mal erkunden und schauen, was es hier so schönes gibt. Es sah so richtig basartypisch aus. So, ja, irgendwie ganz durcheinander. Hört das von Weitem aus. Hier, gucken wir mal. Los geht's. Was Madita als erstes entdeckt, ist eine kleine Katze. Das ist unglaublich, weil sie zitiere. Ich habe auch ein bisschen schöne Moschee gesehen. Die Madita hat auch eine andere, die Madita hat einfach eine andere Blickhöhe. Ich sehe hier, dass es hier eine Moschee gibt, in der der Markt losgeht, mit Außen und Gemüse. Madita, komm wir gehen mal hier rüber. Ja. Ja, sieht das schön aus. Das erste Mal in Bulgarien, dass wir so einen Markt hier sehen. Im Großen. Jetzt suchen wir uns noch was zum Mittagessen. Und dann kaufen wir ein bisschen Obst. Hier eine Pferdekutsche. Ich glaube, es reitet da los. Können wir uns auf einen Eichbisch nehmen? Erstmal was Warmes. Willst du gerne so eine Trinkflasche haben? Dann nimm mal eine Trinkflasche mit. Wir gehen mal kurz kurz. Ich gebe dir ein bisschen. 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 Ich nehme dir ein ganz normales Dünner und den. Ich nehme mir zum Kraut, ja. Fleisch und Kraut und Brot. Ich nehme mir zum selbst zusammenstellen. Und. Nehmen wir mal wieder Köfte, Anna? Ja und ich habe mir ein Trinken geholt. Könnt ihr sagen Köfte, Spes. Wir haben Köfte, das da. Ich nehme es ganz vorne. Ja? Ja. Köfte? Wie viel wollt ihr denn suchen? Kröfte, yes. Das ist Kebache. Ich nehme Kebache. Kebache. Ich nehme eine. Und jetzt die Beilage. Gehen wir mit, Anne. Auf die andere Seite zum Salat. Ich nehme so Kebache. Ist bereit? Ja, mit Zusatzbank. Das schmeckt sehr gut. Guten Appetit. Sieht lecker aus. Schaut aus, ne? Für Kalle und Dorita machen wir es klein. Das Salatino macht es klein. Hervorragend läuft das. Schmeckt's? Ja. Super. Schmeckt wie aus Oma und Opas Garten. Wie aus Oma und Opas Garten. Das ist ja mal ein Lob. Super. Für den Salat oder für den Garten? Für den Salat. Beides. Ja. Ja. Hier kommt gerade Fleischlieferung. Verkommst du Reis. Mit dem Tag. Schmeckt hat. Ich bin schön. Da vorne! Ich bin hier. Ich bin sehr, das ist. Wie wahrscheinlich auch müssen. Gegen Tag. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Für das. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Es geht wieder aufwärts mit uns. Immer eigentlich. So ein Arc of Freedom, heute auf 1600 Meter oder so. Auf jeden Fall ziemlich weit oben. Die Frieda schnauft. Das wird doch zweitig. Ja, immerhin. So langsam nimmt das hier doch aus. Schön, dass ich steile da. Jetzt kann man ein bisschen was sehen draußen. 1200 Meter hoch. Jetzt ist der Bewuchs nicht mehr ganz so hoch. Seht ihr gleich den LKW, der uns überholt? Boah, der zieht vorbei hier. Der Raser. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich finde ja 25 eine super Reisenschwindigkeit. Die hat der LKW schon mitgebracht. Der gerade auf uns aufschloss. Da oben wollen wir hin. Das kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht erkennen. Den großen Bogen, der da auf dem Deich steht. Einfahrt verpasst. Nein, wir haben sie gesehen, es war zu eng. Ja, es ging zu scharf um die Kurve. Neuer Anlauf von der anderen Seite. Ich seh die Adventure Road auch schon, die da hochführt. Vorabend. Ja. So jetzt. Und hinein. Hier müsst ihr die auch hinein nehmen. Hier müsst ihr die auch hinein nehmen. Hier müsst ihr die auch hinein nehmen. Kommt da rein nehmen. Ich bin keine leaves. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die waren nicht ganz so glücklich. Die werden ein bisschen aus wie vom Trecker überhaupt. Muss man ja auch mal mitteilen. Es ist 1.45 Uhr. Irgendwie bekommt man kein Auge zu. Weil es ist doch ganz schön windig hier oben geworden. Auf einmal mitten in der Nacht. Und das Auto wackelt ganz schön. Aber irgendwie wollte man jetzt nicht mehr umparken. Ja, da spielen wir ein bisschen seegang. Aber mit dem Schlaf ist es nicht ganz so einfach. Mal gucken. Ich hoffe, dass es sich bald wieder legt. In der Arena? Ja, ich bin auch wach. Schön. Ein bisschen seegang heute. Ein bisschen ist gut. Ja, ziemlich dolle mittlerweile. Ich habe schon Angst, dass wir umkippen hier. Das Problem ist, der wechselt ständig die Richtung. Wir können eigentlich das Auto auch nicht so drehen, dass es nicht im Wind steht. Es klappt gar nicht. Ah ja. 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 Ich zähle schon die Stunden, bis es hell wird. So, heute mal Frühstück drin. Ja, strahlender Sonnenschein. Aber draußen weht es dir die Schnelle weg. Und wo ist der Eddy? Eddy? Der steht da an der Tür, der will wieder raus. Lieblingsschnittchen für Mannita. Bitte sehen wir die Dornas. Was ist denn die Dingsütze im Belag? Schoko. 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 Eigentlich. Smarties. 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 Und, und. Und vergiss nicht Gummibärchen. Auf die Brot? Aufs Brot? Klar, mit Butter. Oh cool. Das hat man nur nicht. Muss man das mal ausprobieren. Oh. Ja, wenn wir Gummibärchen haben. Mit Schokolade will ich das ausprobieren. Hallo. Guten Morgen Kalli. Guten Morgen Kalli. Also freut sich. Ich kann auch gar nicht sprechen. Ich weiß gar nicht wie die Schnitthand fassen soll. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Nächste Häppchen. So. Kalli liebt ein Riesenbisschen. So. Hier steht Cappuccino. Ja. Und ich zeig nochmal unsere Sicht. Zu unserer Schiebetür hinaus. Und jetzt kommt die Schiebetürkirche. Vielen Dank.